So, ja, das Thema, ich werde diese Frage, wird die Wissenschaft von der Politik oder politisch beeinflusst, werde ich natürlich beantworten, klar, ganz am Schluss, aber ich gebe vorher schon immer wieder Hinweise, wo sie schon ahnen, worauf das hinausläuft. Das machen Wissenschaftler ja gerne, dass man eine Provokation, sage ich mal, eine wissenschaftliche, immer ein Fragezeichen dahinter macht. Das wird oft gemacht, in der Wissenschaft ist das so üblich, auch in den Zeitungen finden sie oft immer ein Fragezeichen, wobei man eigentlich meist vorher schon weiß, dass da ein Ausrufezeichen hingehört. Ich kann so viele Beispiele, wo auch immer erst mal vorsichtig ein Fragezeichen, wenn Sie das Ding gelesen haben, dann sehen Sie alles klar. Das ist die reine Vorsicht, man will ja nicht provozieren, gleich mit dem Titel alleine schon. Das macht man gut. Klimawandel ist schon gesagt worden, es gibt schon ewige Zeiten Klimawandel, seitdem die Erde besteht, nur dieser Klimawandel war von Natur aus gesteuert. Man weiß noch gar nicht ganz genau, warum die Eiszeiten und Warmzeiten sich so regelmäßig, fast regelmäßig abgewechselt haben. Aber jedenfalls ist das ganz natürlich geschehen. Ich werde es gleich noch zeigen in Grafiken. Sie werden also sehr viele Grafiken sehen und Texte. Ich bin der Meinung als Hochschullehrer mit Erfahrung, dass sich die meisten Menschen ein optisches Gedächtnis haben. Sie können es optisch sehr gut merken und Sie können natürlich auch diese Texte, die ich da bringe, auch mitschreiben. Aber am besten ist immer, man sieht Bild und Text gleichzeitig und hören ihn auch noch. Ich denke mal, das ist die beste Methode, um das dem Publikum näher zu bringen. Also ich mache also schon sehr lange, wie Herr Kohl ja schon sagte. Besonders intensiv mache ich es seit meinem Ruhestand. Ich bin also jetzt im Ruhestand seit ein paar Jahren. Und jetzt kann ich sagen, wie Professor Patzelt von der Uni Innsbruck, den habe ich mal auch live gehört. Da sagte er, ich bin jetzt im Ruhestand, jetzt kann ich sagen, was ich denke. Okay, so geht es mir jetzt auch. Also wenn man in Staatsdiensten ist, muss man vorsichtig sein, dass man sich aneckt. Oder eventuell, ich zeige Ihnen noch später, was mit Leuten passiert, die angeeckt sind, wie der Staat reagiert hat da drauf. Oder die Institution, die staatlich untergeordnete Institution. Gut, noch ein Wort, ja ich möchte nicht zu viele Vorworte machen, zu dem Thema Klimawissenschaft und Klimatologie. Ich habe extra nochmal darauf Wert gelegt, dass ich kein Klimawissenschaftler bin, sondern Klimatologe. Klimatologie ist die klassische Wissenschaft vom Klima, von der Entwicklung des Klimas auf der Erde. Während die Klimawissenschaftler, das ist ganz neu, die haben sich selbst so ernannt und konnten sich jetzt nicht Klimatologen nennen, das passte nicht. Also haben sie Klimawissenschaft daraus gemacht. Und das klingt natürlich für den Laien viel besser. Klimawissenschaft, das ist wirklich Wissenschaft. Ja, es sieht ein bisschen anders aus, das sehen Sie mal hinterher noch. Gut, also wir müssen unterscheiden zwischen Klimatologie und Klimawissenschaft. Ganz was anderes. Klimawissenschaftler sind die, die auf der anderen Seite von mir stehen. Die also das Gegenteil behaupten, nur ich behaupte das Gegenteil. Die Klimatologie ist eben ein klassisches Fach. Gut, und jetzt möchte ich noch was Allgemeines sagen, da können wir uns mal die erste Grafik anschauen. Was der Unterschied zwischen Wetter und Klima, das wird ja oft verwechselt, das nimmt Ihnen noch niemand übel. Das kann man als leider nicht unbedingt wissen. Das tröstet Sie vielleicht, wenn ich Ihnen sage, dass die meisten Politiker es gar nicht wissen. Die reden von Klima und werfen da Wetter und Klima alles durcheinander. Das müsste einmal richtig sauber definiert sein. Und ich habe das mal hier aufgearbeitet in einer Folie. Da sehen Sie die Begriffe Wetter und Klima. Ich starte das mal hier unten. Und da sehen Sie die Rohdaten, die einem Rechner landen. Das ist also ein riesiger Rechner. Heute geht ja nichts mehr ohne Riesenrechner. Das sind gigantische Rechner, die also hohe Leistungsfähigkeit haben. Die auch so Klimamodelle hier natürlich machen können. So, Rohdaten werden, das sind Wetterdaten, die werden eingegeben. Als Eingabedaten. Und dann sehen Sie, was sind das, die Rohdaten? Das sind Wetterdaten. Und zwar Luftdruck, Temperaturen, Niederschlag, Hagel, Schnee, Nebel, Sonnenschein, Dauer, Wind, Sturm, Extremwetter. Extremwetterlagen gehören auch mit dazu. Die kommen nicht raus, sondern das Input. So, und vieles mehr. Sie wissen selber, was da alles so gemessen wird, ist enorm. Das sind also alles Daten, die die Meteorologen seit vielen, vielen Jahren, seit über 200 Jahren vereinzelt fingen. Das anderen Bundesimmermehrstationen schon aufgelistet haben und auswerten. Aber zu den Auswerten kommen wir dann gleich noch dazu. Gut, gehen wir mal weiter. Sie sehen, aus diesen Rechnerdaten werden jetzt, also Rechnerdaten sind es dann, wenn die berechnet werden, die Wetterdaten. Also Mittelwerte, kurzfristige Wettervorhersagen. Sie wissen ja selber, dass über drei Tage hinaus wird es wackelig. Das sagen die Meteorologen selber. Da nimmt die Wahrscheinlichkeit ab, dass es richtig ist. Ich glaube, bei drei Tagen liegt das meist so um 70, 80 Prozent. Und wenn sie fünf, zehn oder mehr Tage sind, dann ist die Unsicherheit riesengroß. Also das wissen die aber auch. Sie sehen ja, dann wird so ein großer Balken gezeichnet sein. Das ist Spielraum, was alles passieren kann. Und dann können Sie sich vorstellen, dass man natürlich das Wetter oder das Klima dann, was halt daraus folgt, in 100 Jahren oder 80 Jahren ungefähr, bis zum Jahre 2100 überhaupt nicht vorhersagen kann. Wir kommen aber noch dazu. So. Millionen meteorologischer Daten werden also im Großrechner gespeichert und werden da verarbeitet. Und wir sehen, was dann da im Rechner dabei rauskommt. Von diesem, das ist also ein virtuelles Klima. Warum virtuell ist es nicht existent? Es existiert nicht wirklich. Wetter, gehen Sie raus und sagen, es regnet, es scheint die Sonne, es ist Nebel und so weiter. Wetter kann man sofort jeder feststellen. Klima, können Sie nicht auch sagen, was haben wir hier von Klima? Gibt es nicht. Das sind Daten, die zum Klima verarbeitet werden. Also ein Klima ist nicht so unmittelbar zu beobachten. Gut. Dann, das globale Klima ist also ein virtuelles Datenmodell, das man auch deswegen, weil es ein Datenmodell ist, nicht schützen kann. Da sind wir gleich beim Klimaschutz. Wie will ich denn den Rechner hier schützen, den Bunker im Keller stellen? Oder wie soll das gehen? Also das Klima kann man nicht schützen, das ist ein virtuelles Datenmodell. Das lässt sich einfach nicht schützen. Obwohl es immer behauptet wird. So, diese virtuellen Daten im Rechner können nicht Extremwetter in der Natur verursachen, sondern umgekehrt sind ja Selbstbestandteile der Rohwetterdaten. Also auch extreme Wetterlagen. Es kommt ja mir wieder vor, wir hatten ja in Dresden hier, wann war das, 2002, glaube ich, diese großen Überflutungen. Das kann keiner vorhersagen. Diese Daten muss man in den Rechner eingeben. Die spuckt der Rechner nicht aus. Wie soll er das dann machen? Der Rechner, Mittelwerte, Standardabweichung und Ähnliches. Also auch diese extremen Wetterdaten müssen eingegeben werden und werden sitzen dann im Rechner drin, sozusagen, gespeichert. So, das Klima, wenn man eine Aussage zu machen will, das muss mindestens ein Zeitraum von 30 Jahren vorliegen an Wetterdaten, sonst kann ich gar nichts machen. Manche Leute sagen, ach, wir haben jetzt diesen strengen Winter. Es ist ja schreckend und einen heißen Sommer. Klimawandel, Klima kann man erst nach 30 Jahren eine Aussage zu machen. Und ein Winter oder einen Sommer oder fünf Winter, zehn Winter machen noch keine Aussage über ein Klima, sondern geben höchstens eine Tendenz an, eine vorsichtige. Es kann nach zehn Jahren völlig andersherum laufen und dann war es das mit dem Klima, mit der Vorhersage zum Klima. Gut. So, ich hatte schon gesagt, das Klima kann man nicht schützen. Für eine Aussage zum Klima braucht man einen Untersuchungsraum, ich sagte schon, also einen Untersuchungsraum, das heißt wo, und einen Zeitraum, also örtlich Raum und zeitlich Raum und das von mindestens 30 Jahren. Das ist die Voraussetzung, wenn ich überhaupt mich rangebe und will das über das Klima aussagen. In Deutschland gibt es rund 200 meteorologische Messstationen, die diese Daten erheben. Und wenn ich jetzt mal diese Daten sammle, sie messen und dokumentieren also täglich mindestens drei Wettergrößen und das mehrmals täglich, morgens, mittags, abends und nachts, glaube ich, auch nochmal an die Stationen. Und drei, heißt drei Wettergrößen, heißt Temperatur, Niederschlag und Luftdruck. Das sind die Standardgrößen, die habe ich ja damals als Student untersucht, die Statistik zu diesen Daten. So, um nur einen kleinen, was ist das, um einen kleinen des Klimas in Deutschland zu erfassen, einen kleinen Teilfilter, braucht man also 30 Jahre mal 365 Tage mal 200 Messstationen. Das sind also 2.200, 2,2 Millionen Daten für nur einen Parameter, also nur für die Temperatur. Das Ganze nochmal für den Luftdruck, das Ganze nochmal für den Niederschlag und dann sehen Sie, wie viele Daten nötig sind, um in diesem Zeitraum von 30 Jahren eine Klima-Aussage zu machen. Also ein Unending, deswegen diese Riesenrechner, wie viele Daten dazu nötig sind, um sowas zu bestimmen. So, jetzt kommt das für die Hauptklimaelemente P, T und R, das heißt P ist Luftdruck, T, Temperatur, R Niederschlag. Sind also 30 Jahre rund 6,6 Millionen Daten erforderlich. Und nur diese drei Hauptklimaelemente, da kommen ja noch mehr, Sonnenschein, Dauer und sowas alles. Also es geht über die 10 Millionen Daten hinaus, wenn Sie wirklich das Klima umfassen wollen. Und zwar das nur in Deutschland. Ich habe ja gesagt, in Deutschland gibt es 200 meteorologische Messstationen. Sie können sich vorstellen, wenn man das Weltklima eine Aussage macht, dann ist das enorm schwierig, sage ich mal. Ja, da frage ich jetzt, was ist denn jetzt Klimaschutz? Wie soll man das Klima schützen, diese vielen Daten? Mir ist da nichts eingefallen. Klimaschutz ist, das sagen viele meiner Kollegen, die der gleichen Meinung sind, Klimaschutz ist ein infantiler Aberglaube und widerspricht der Physik. Ich habe selbst Physik studiert, ich weiß, wovon ich rede. Es ist ein Widerspruch zur Experimentalphysik und auch theoretischen Physik, wie ich gleich sagen würde. Nun schauen wir uns mal so einen Meteorologen an, den kennen Sie alle, das ist der Karsten Schwanke. Im ARD sagt er oft das Wetter an und da hat er mal vor einiger Zeit hier wieder mal einen Wärmerekord genannt. Für die gibt es ja immer nur Rekorde. Und Karsten Schwanke sagt also, September 2016 war der wärmste September seit 136 Jahren. Oh, das beeinträgt natürlich die Zuhörer. Elf der letzten zwölf Monate seit Oktober 2015 brachten neue Temperaturrekorde. Ich zeige Ihnen gleich in der Größenordnung, wie diese Temperaturrekorde liegen. Im August 2016 war der wärmste Monat überhaupt, der jemals gemessen wurde. 2016 war für die Monate Januar bis September 1,58 Grad Celsius wärmer als das 20. Jahrhundert. Also 0,3 Grad wärmer als 2015. Die reden hier von Temperaturerhöhungen, von Katastrophen, von zunahmender Temperatur. Ja, diese allenfalls im Fieberthermometer messen können. Also Zehntelgrade oder Hundertstel, da steht es ja 1,58. Die Acht sind ja schon Hundertstelgrade. Nee, das ist gar nicht drin. Das Schlimmste aber kommt noch, was Herr Karsten Schwankgesichte geleistet hat. So, das hat er also. Ich nenne den Mann einen Politometeorologen, weil er im Sinne der Politik spricht. Nicht im Sinne der Meteorologie, sondern er spricht im Sinne der Politik. Und wir werden gleich noch sehen, dass das wirklich so ist, dass sich viele Meteorologen schon beschwert haben, über diese Art von Aussagen in der klassischen Meteorologie. Ja, wo denn Herr Schwanke und an welchen ausgesuchten Orten ist das gültig, was Sie da gesagt haben? Jeder Meteorologe weiß, dass zu einer Erhöhung ein Ort und ein Zeitraum gehört. Er sagt nicht mal was von 30 Jahren, gar nichts kommt hier vor. Und ausgesuchte Orte, vielleicht stimmt das sogar an der Station Hohenpeißenberg in Bayern. Oder dass ich auf der Insel Norderney, das kann ja sein, dass das stimmt. Aber das ist doch keine Klima-Aussage, das ist doch ganz lokal, nur an einem Ort in Deutschland. Und das ist der Trick, wo viele Menschen gar nicht drüber nachdenken. Hoppla, er hat gar nicht gesagt wo und von wann bis wann. Wie viel, sagt er, aber das andere sagt er nicht. Gut, soviel erstmal zur Einstimmung. Ich komme gleich nochmal zu den Meteorologen zurück, zu den lieben Freunden, was die so in die Welt setzen. Jetzt zeige ich Ihnen mal, dass es immer schon gegeben hat, Klimaänderungen. Hier sehen Sie das, die Klimaentwicklung der letzten 450.000 Jahre. Klimaschwankungen gab es schon immer, habe ich drüber geschrieben. Und zwar, wenn man sich das genau anschaut, dann habe ich drei Schlussfolgerungen daraus gezogen auf dieser Kurve. Sie sehen also, wenn das nach oben geht, haben wir eine Warmzeit und nach unten, ich hoffe das funktioniert jetzt, eine Kaltzeit. Ich muss mal am Mikrofon bleiben. Hier Warmzeit, Kaltzeit oder Eiszeit, Warmzeit, Eiszeit, Warmzeit, Eiszeit, Warmzeit, Eiszeit. Und wir sind heute in einer Warmzeit. Geologisch betrachtet, das sind große Zeiträume, viel mehr als 30 Jahre. Sie sehen ja, 450.000 Jahre. So sah das aus, immer, es folgten immer Eiszeiten, Warmzeiten im ständigen Wechsel. Und die erste Schlussfolgerung kam, und da steht schon da. Erstens, Eiszeiten dauerten immer deutlich länger als Warmzeiten. Das kann man auch erkennen. Eine Eiszeit hier unten, hier und hier unten und da unten, da auch, dauert immer länger. Die Warmzeiten sind relativ kurz. Und wir sind jetzt in einer solchen Warmzeit. Jetzt kann jeder überlegen, ich sage es nicht, was demnächst kommen wird. Aber es weiß keiner, wann genau und wie heftig. Das ist eben, was man nicht voraussagen kann. Weil die Ursachen noch gar nicht hundertprozentig geklärt sind. So, jetzt kommt hier zweitens. Der Übergang von einer Warmzeit in der Kaltzeit dauert oft mehr als 150.000 Jahre. Das kann man dieser Grafik auch annehmen, muss ich jetzt nicht zeigen. Und die dritte Schlussfolgerung wäre, der Übergang von einer Kaltzeit in eine Warmzeit lief schneller ab, ungefähr 20.000 Jahre. Das blaue ist also die blaue Schrift und jetzt kommt das rote, der Übergang hier von einer Kaltzeit in eine Warmzeit. Es ist also ein sehr kurzer Zeitraum, 20.000 Jahre nur. Relativ kurz. So, dann habe ich hier noch was reingesetzt. Da habe ich einen Zuhörer, der meinen Vortrag gesehen hat, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass der Homo erectus von Binzings Leben, das ist in Thüringen, vielleicht kennt der ein oder andere das, da ist eine Ausstellung, da werden dann so Knochenreste, sage ich mal, vom Homo erectus in Binzings Leben gezeigt. Das heißt, der Mensch hat diese ganze Periode, das ist schon alles durchgemacht. Wir kennen Warmzeiten, Kaltzeiten, na gut, das ist jetzt nicht gerade die jüngste Vergangenheit, aber 400.000 Jahre gab es schon diesen aufrechtgehenden Menschen und der hat das also die Kaltzeit erlebt, die Warmzeit erlebt, die Kaltzeit. Und noch was anderes kommt hinzu, nicht nur der Mensch, auch Eisbären gab es schon vor 600.000 Jahren. Und Sie kennen die Geschichte mit dem Eisbär, der Eisbär ist Symbol geworden für Klimaschützer, das Wort Klimaschützer ist schon niedersinnig, aber zum Symbol geworden, weil es heißt ja, die Eisbären würden oder werden aussterben. Auch da komme ich gleich nochmal drauf zurück. So, hier nochmal das Ganze in einer anderen Darstellungsweise, und zwar ist jetzt hier das CO2 mit eingetragen. Die Temperatur ist die rote Kurve und Sie sehen die Warmzeiten hier, immer rot, Warmzeit, Warmzeit steht dran, und die Kaltzeiten habe ich hier blau gezeichnet, Chroma, Elster, Saale, Weichsel, die letzte Eiszeit war hier die Weichsel-Eiszeit, in diesem Teil Deutschlands, im Alpen war das also die Würmeiszeit. Gut, jetzt das CO2, das habe ich vorhin nicht gezeigt, Sie sehen, dass CO2 immer hohe Werte hat in einer Warmzeit und runter geht CO2 in einer Kaltzeit. Es geht hoch, die CO2-Konzentration geht hoch in einer Warmzeit, geht runter in einer Kaltzeit. Da haben natürlich alle Alarm geschlagen, aha, da steht auch der Beweis sozusagen, dass das CO2 verantwortlich, ich sage mal, sei für die Temperaturänderung. Das ist aber nicht so, denn die Sache läuft so. Wenn man genauer hinschaut, das Ding genauer untersucht, dann sehen Sie hier Folgendes. Erst steigt die Temperatur an, also im Laufe der Vergangenheit, bei einer Warmzeit und hinterher kommt sozusagen hinterher, ich hätte mal gesagt dackelt, der CO2-Gehalt oder die CO2-Konzentration. Also genau umgekehrt, als die ersten Warmer vor dem Klima gesagt haben, Mensch, wenn CO2 steigt, steigt die Temperatur. Dann ist es genau umgekehrt. Weil die Eisburgianer haben das bewiesen, da liegt eine Zeitspanne zwischen 1300 und 600 Jahren, wo die sozusagen die Phasen nicht übereinstimmen. Gut, das war schon erstmal enttäuschend für die Leute, die immer gewarnt haben, ein falsch verbreiteter Kausalzusammenhang. Es ist kein Kausalzusammenhang. Es gibt zwar einen Zusammenhang dazu, aber ich sage gleich, warum das so ist. Natürlich hat das auch einen Grund. Weil, ich kann es auch jetzt schon sagen, vielleicht kommt es in eine Folie nachher noch, weil die Meere, die Weltmeere können CO2 sozusagen speichern. Die nehmen CO2 aus der Atmosphäre und der Chemiker sagt, CO2, das Gas geht in Lösung. Es ist also gelöst, Chemiker wissen das, gelöst in Wasser. Denken Sie an eine Flasche Mineralwasser. Wenn es nicht stilles Wasser ist, da ist auch CO2 drin gelöst. Das kann man raustreiben, wenn es warm wird. Und in Warmzeiten, da reichen ein paar Grad, kommt das ganz langsam, das CO2 raus, geht in die Atmosphäre und in der Kaltzeit kommt es wieder zurück. Und das ist die Ursache, die dahintersteckt, warum wir diese Kurve haben, die Bereinstimmung. Aber Sie sehen, erst kommt die Temperatur und dann reagiert das CO2. Gut, bis dahin. Und jetzt kommt mal die letzten 10.000 Jahre oder die letzten 11.000 Jahre. Das ist also ein viel kürzerer Zeitraum. Ganz rechts sehen Sie die tiefe Temperatur 11 oder das ist das Ende der letzten Eiszeit, also der Würmeiszeit oder der Weichseleiszeit, wie sie in Norddeutschland oder auch bei uns hier heißt. Die Weichseleiszeit, die ist also geht wieder zu wärmer geworden. Da war die Kaltzeit, die Eiszeit. Dann wird es wärmer, dann kommt es also, gehen wir in die Warmzeit. Sie sehen, es ging ziemlich schnell. Und jetzt haben wir also seit dem Ende der Eiszeit immer wieder kleine Warmzeiten und kleine Kaltzeiten. Also um 4500 vor Christus, das war die mittlere Steinzeit, hatten wir ein sogenanntes Postglaciales Optimum. Postglacial, also nach der letzten Eiszeit, eine schöne Warmzeit, eine kleine Warmzeit. Dann wurde es wieder kälter im Atlantikum und es ging wieder 2500 vor Christus, war die Jungsteinzeit, da wurde es wieder wärmer. Dann ging es wieder und her, Bronzezeit, war es wieder etwas wärmer, dann wurde es wieder kälter. Und ganz rechts am Schluss, die letzte kleine Peak nach unten, ist also hier die kleine Eiszeit. 17. bis 18. Jahrhundert. Das können Sie in vielen Büchern noch nachlesen, da gibt es ja Dokumente darüber. Die Menschen haben das alle erlebt, dass es da schön warm war. Und dann möchte ich aber nicht vergessen, dass mittler, hier das Optimum, mittelalterliche Optimum, da war der Weinbau, da war es so warm, dass in England Weinbau betrieben werden konnte. Das ist alles historisch dokumentiert. Alles auf, sagen wir mal, also englischen Wein möchte ich heute nicht trinken. Aber nun ist es da auch nicht mehr so warm. Sie sehen aber, das ist ein ständiges Auf und Ab mit dem Klima. Sei es in den Schwankungen Eiszeit, Warmzeit oder auch hinterher die kleinen Schwankungen. Ja, und jetzt gehe ich mal auf noch kürzeren Zeitraum, nämlich so der letzten tausend Jahre. Ich werde es immer enger werden, die Zeiträume, die ich betrachte. Klimafluktuationen der letzten tausend Jahre. Klimafluktuationen ist übrigens ein Wort, was ich als Geografiestudent gelernt habe in Vorlesung. Da hieß es Klimafluktuationen, Klimaschwankungen. Aber niemals fiel damals dieser Begriff Klimaänderungen oder doch Klimaänderungen schon, aber Klimavariationen als Klima verändert durch den Menschen. Also Klimawandel, das Wort ist richtig, eine Erfindung der Klimawissenschaftler. Klimawandel, das tauchte niemals auf damals. In der klassischen Klimatologie habe ich nie kennengelernt. So sah das also aus, da sehen Sie wieder das Optimum um 1200, in der Gotik war das also geschichtlich gesehen. Und dann die kleine Eiszeit, die danach kam. Und heute sind wir also wieder in einer Warmzeit 2000, 2017, ist es also jetzt eine Warmzeit. Es war aber nicht so warm wie um 1200, das sieht man ganz deutlich. Aber es war wesentlich warmer. Und interessanterweise haben die Kulturepochen des Menschen immer sich gut entwickelt in einer Warmzeit. In der Kaltzeit ging es immer rückwärts mit der Entwicklung des Menschen, da war das nicht so toll für den. Aber Warmzeiten, da blühten die Kulturen auf, die Hochkulturen. Sei es jetzt ganz früh oder sei es hier um 1200, das hat den Menschen immer einen Vorschub gegeben. Dann konnte man gut leben und arbeiten. Und die Kreiszeiten und die Kaltzeiten, da haben die Leute eher gefroren. So, was wurde jetzt daraus gemacht? Da sehen Sie, Michael Mann, ein amerikanischer Wissenschaftler, hat gesagt, stimmt alles gar nicht. Klima ist immer gleich gewesen, Gleichgewicht zu schon. Und jetzt erst in den letzten, ganz recht in den letzten Jahren ist es warm geworden. Hat natürlich alles ignoriert, ist auch heftig kritisiert worden von den Fachleuten über diese Gleichsetzung. Und hat den Eindruck vermittelt, als wäre das Klima so eine Art stabiler Zustand. Weit von entfernt. Das Klima ist nie stabil gewesen, weder in den letzten 1000 Jahren oder 11 oder, was weiß ich, letzten 450.000 Jahren. War nie stabil. Hat immer geschwankt. Und dann sehen Sie diese graue Kurve hier, hier dieser Balken, das ist so ein Hockey-Stick. Und dann wurde diese Kurve genannt, die Hockey-Stick-Kurve. Weil es ist also nur ein Erwärmungszeichen in den letzten paar Jahren, paar Jahrzehnten eigentlich. Ja, ist natürlich völlig falsch, aber zu Recht ist der Mann zurechtgewiesen worden. Aber ich kenne immer noch Leute an der Universität in Leipzig, die sagen, ja, okay, hier der Michael Mann, ein honoriger Wissenschaftler. Sag ich, oh Mann, ich könnte nicht richtig lesen. Und das passiert Wissenschaftlern. Das ist erstaunlich. Na gut. So, Klima an der Natur, also hier Gleichgewichtszustand sollte das demonstrieren. Also das historische Klima sei quasi konstant gewesen und eine Art Gleichgewichtszustand. Und jetzt kommt eine Aussage hier. Das rezente Klima, also das jüngere Klima, wie auch insbesondere das historische Klima und das prähistorische Klima, war zu keiner Zeit in einem stabilen Gleichgewichtszustand. Es hat schon immer im Laufe der Erdgeschichte große und kleine Klimaschwankungen gegeben über länger oder kürzer Zeitraum, also von wegen nichts konstant. Die Vorstellung von einem Gleichgewicht in der Natur, jetzt gehe ich mal noch weiter, ein Gleichgewicht in der Natur ist ein grundlegender Irrtum des Ökologismus. Da meint man immer, oh, die Erde darf in diesem Gleichgewicht geraten, ganz schlimm, wenn sie aus dem Gleichgewicht geraten ist, war noch nie ein Gleichgewichtszustand da. Ja, Ökosysteme sind immer im Fluss. Also das ist ein Schwindel, wenn man Ihnen erzählt, ja, die Natur gerät aus dem Gleichgewicht. Das ist ein Blödsinn. Geht höchstens in einem anderen Zustand über. Aber im Gleichgewicht, davon kann keine Rede sein. Und jetzt schauen wir uns nochmal die letzten Jahre an hier, seit 1960. Da sehen Sie wieder einen Vergleich von CO2-Konzentrationen, laut Mauna-Loha-Kurve, das immer so hoch geht. Die rote Kurve ist die Mauna-Loha-Kurve, die angeblich zeigen soll, wie das CO2 gestiegen ist, oder die Konzentration des CO2 gestiegen ist. Und dass da drunter das Temperaturverhalten. Und da sehen Sie in einem bestimmten Bereich, den werde ich jetzt mal hier markieren, da stimmen Anstieg von CO2 und Temperatur überein. Dann haben die Alarmisten wieder gesagt, na bitte, da haben wir noch den nächsten Beweis, hängt mit zusammen. Dann frage ich mich aber, wie kann das sein, dass hier das überhaupt nicht korreliert. Und hier stimmt es und hier hinten stimmt es wieder nicht. Da steigt das CO2 an, die Temperatur geht runter. Also das ist doch kein Beweis, wenn es 30 Jahre oder 25 Jahre mal zufällig, sage ich mal, übereingestimmt hat in diesem Zeitraum. Das ist ein Zeitraum von 25 Jahren, da stimmte das, aber davor nicht und dahinter auch nicht. Also sowas kann man nicht als Beweis nehmen. Das ist einfach eine Zufallskorrelation. Und die Zufallskorrelation, da sage ich jetzt gleich noch was. So, was ist Fragezeichen, was ist davor, dahinter? Da stimmt es nicht. Aber das wird ignoriert. Der Bevölkerung wurde gezeigt, diese 25 Jahre CO2 steigt und also die Temperatur steigt. Das hat natürlich verschwiegen, was da vorher war. Sie sehen auch hier steht, das Blaue ist negative Korrelation, dann eine positive, weil beide gleichzeitig ansteigen bei den Parametern. Und dann hier haben wir wieder eine negative Korrelation. Und wenn das wechselt, kann ich das nicht als Beweis heranziehen. Ja, jetzt kann man daraus nur schließen. Korrelation, ja, aber keine Kausalität. Kausalzusammenhang heißt halt, es gibt eine Ursache für diesen Anstieg, für den beiderseitigen, gleichmäßigen Anstieg. Aber es gibt zwar eine Korrelation, aber kein Kausalzusammenhang. Das ist das, wo leider viele Menschen, auch viele Physiker zu nehmen, wo reingefallen sind, man glaubt es nicht. Die haben diese Korrelation gesehen und haben gedacht, das ist ein Kausalzusammenhang. Ist es aber nicht, ist eine Scheinkorrelation. In der Statistik nennt man das Scheinkorrelation. So, es gibt noch mehr Kausal, noch mehr Korrelationen. Die Anzahl der Störche und Geburten in Deutschland, sieht man hier oben, das ist die rote Kurve. Und die blaue ist die Zahl der Störche. Muss man nichts so sagen, ne? Es stimmt, diese Kurve ist laut Statistischem Bundesamt, ist so gelaufen. Aber deswegen kann ich doch nicht sagen, das eine hängt vom anderen ab. Sehen Sie mal, auf welche schiefe Ebene man geführt wird, wenn man einfach Korrelation als Kausalzusammenhang betrachtet. Ich habe noch so ein schönes Ding, aus der Statistik raus, und hier ist es wieder, Korrelation ist nicht Kausalität. Jetzt kommt das Nächste. Das ist auch sehr schön, auch das ist statistisch belegt. Eine ebenfalls hohe positive Scheinkorrelation kann man auch finden zwischen Scheidungsraten im US-Staat Maine und dem Margarinekonsum. Es gibt Leute in den USA, die suchen nach solchen Sachen, aber es ist belegt, es ist so. Obwohl das eine, wie wir alle wissen, mit dem anderen nichts zu tun hat. Da kann man also die verrücktesten Sachen finden. Und deswegen sollte das nur darauf bringen, dass man Korrelationen nicht mit Kausalzusammenhängen. Oder hier die Todesfälle bei Rollstuhlfahrern korreliert hoch mit den Preisen für Kartoffelchips. Nachgewiesen. Aber wem stellt ein Zusammenhang her, ein Kausalzusammenhang, das geht natürlich schief. Und ich habe noch eins, ja genau. Die Anzahl der Rechtsanwälte korreliert in Kalifornien hoch mit den Ausgaben für Haustiere in den USA. Ich könnte jetzt den ganzen Rest so verbringen und sie amüsieren, aber es soll reichen. Wir sehen nur daraus, Korrelationen sind keine Kausalzusammenhänge. So, der Klimawandel. Ich zitiere mal den Professor Hans von Storch. Ein bekannter, ja das hat jetzt nicht mit den Storchen zu tun. Ein bekannter eigentlich Klimawissenschaftler, muss man ihn nennen, denn er hat gesagt, jawohl, das Klima verändert sich durch den Menschen. Und der Storch ist aber eigentlich schon ein bisschen kritisch gewesen. Und der hat dann gesagt, das ist er übrigens, im Spiegelgespräch vom 17.06.2013 hat er gesagt, wir stehen vor einem Rätsel. Seit 15 Jahren steigen die Temperaturen nicht mehr an. Ja, Klima-Modelle, was ist los mit denen? Und dann sagt er noch, sollte die globale Erwärmung, von der ist er ja ausgegangen, die hält er ja immer noch für möglich, weitere fünf Jahre pausieren, inzwischen haben wir fast fünf Jahre, seit 2013, zumindest haben wir schon mal vier Jahre, sollte die globale Erwärmung weitere fünf Jahre pausieren, als sie es nicht wärmer werden, stecke in den Modellen ein fundamentaler Fehler. Siehe, welche Einsicht. Ich habe nie gedacht. Und die Vorhersagen müssten korrigiert werden. Ja, ich kann dem Professor von Storch sagen, was für ein fundamentaler Fehler da vorliegt. Der fundamentale Fehler ist nämlich, dass in allen Klimamodellen die zunehmende CO2-Konzentration mit steigender Temperatur in Verbindung gebracht wird, was Sie ja eben gesehen haben. Die Zufallskorrelation, das ist der Fehler in den Klimamodellen und deswegen versagen die Klimamodelle natürlich. Das heißt, es wurden ein kausaler Zusammenhang unterstellt. Stichwort Scheinkorrelation, habe ich gerade erwähnt. Statt CO2 könnte man auch, also CO2 könnte man auch für die Erderwärmung eine Korrelation mit dem Bananenkonsum postulieren oder untersuchen. Und da gibt es ein schönes Buch, was mit den Bananen zu tun hat. Das ist von dem, ich kenne Wolfgang Thüner, ein Meteorologe, der schon sehr früh gesagt hat, schon 2002, der hat gesagt, CO2 ist nicht verantwortlich. Also Freispruch für CO2. Und hat dann auf dem Buchdeckel diese Abbildung gebracht. Ich finde das ein bisschen provozierend, aber im Grunde stimmt es eigentlich, muss ich sagen. Da sitzen also, die sehen es selber, Affen und modellieren Bananen. Das ist natürlich ein harter Vorwurf, da haben die auch bösartig darauf reagiert. Ich meine, die Fakten, die er nennt, sind richtig aus meiner Sicht. Nur er hat es natürlich sehr stark hier, heftig dargestellt. Gut, CO2. CO2-Messungen. Vergessen wir mal die Mauna-Lohr-Kurve. Und da sehen Sie CO2-Messungen, wie sie gestreut haben in der letzten Zeit. Seit ungefähr 1800. Mal hoch, das in ppm, das CO2 mal niedrig, hoch, mal niedrig. Und dann seit 1860 ist das dann weniger schwankend. Aber dann kommt es wieder. In 1850 fängt es wieder an zu schwanken. Ich sage es nochmal, der fundamentale Fehler ist, der unterstellt den Kausalzusammenhang zwischen CO2-Temperatur. Und wie will ich denn hier einen Kausalzusammenhang? Da gibt es nicht mal einen Zusammenhang geschweckt, einen Kausalzusammenhang. Jeder Statistiker, der hier eine Regressionsgerade zeichnen will, ist überfordert. Da gibt es keine Regressionsgerade. Das kann man also daraus nicht entnehmen. Tja, das ist also, wenn man dann Mittelwert versucht, dann wäre das der hier von 325 ppm als wirklichen Mittelwert. Und die Mauna-Lohr-Kurve steigt also die rechte Kurve, die rechte Gerade, würde so ansteigen. Und Sie sehen hier 292 ppm als Mittelwert für das 19. Jahrhundert. Ich muss aber Mittelwert immer sagen, von wann bis wann rechne ich einen Mittelwert aus? Rechne ich den ab dem 19. Jahrhundert, kriege ich hier 292 ppm raus. Rechne ich den von 1800 an, dann kriege ich über 300 ppm raus. Also ein Mittelwert macht immer nur dann Sinn, wenn ich einen Anfangs- und Endwert habe. Sonst kann ich keinen Mittelwert ermitteln. Was soll das sonst? Das ist also wissenschaftlich nicht erhaltbar. Gut, ich muss jetzt mal sehen, dass ich ihn aufs Tempo drücke. Temperatur und CO2 in der Erdgeschichte. Es gibt noch andere Indizien dafür, dass der CO2-Gehalt sich ständig verändert hat. Sie sehen diese braune Kurve hier unten drunter. Unter den eigentlichen Werten des CO2 geht die braune Kurve auf und ab. Und zwar sind das an Pflanzen, kann man die Stomata, also die Spaltöffnungen der Unterseite von Blättern, die Biologen wissen, wovon ich spreche hier, die ziehen sich eng zusammen oder weiten sich. Und bei Stress werden sie also hier eng und entspannt ist das Ganze, wenn also hier genügend CO2 vorhanden ist. Also wenig CO2 ist Stress für die Pflanzen. Sag mal gleich vorweg, CO2 ist wichtig für die ganze Flora. Wenn CO2 verschwinden würde, wenn wir das tun würden, das CO2-Ausatmose herausnehmen würde, dann würde unsere Vegetation sehr stark leiden. Und wir sind abhängig. Flora und Fauna sind voneinander abhängig. Wir brauchen die Pflanzen. Sonst haben auch die Tiere und der Mensch keine Überlebenschance. So, bei großen CO2-Angeboten der Atmosphäre können sich die Pflanzen quasi leisten, ihre Poren, also Stomata zu verengen oder weniger Spaltstoff, weniger Spaltöffnungen zu bilden. Das CO2-Minimum vor ca. 300 Millionen Jahren war verursacht durch stark abnehmende Demorganismus und hohen CO2-Verbrauch geschuldet in der Biosphäre. So, also das wandert hin und her. Und zusammenfassend brauchen wir eigentlich nur zu sagen, wir brauchen das CO2 dringend. Und wir haben heute keinen hohen CO2-Stand, sondern einen relativ niedrigen. Nun hängt das Ganze noch ab von C2- und C3-Pflanzen. Wir haben in der Natur C3- und C3-Pflanzen. Ich sage mal, was C3-Pflanzen sind. Das sind Getreide, Raps, Zuckerrüger, zum Beispiel Kartoffel, Reis und tropische Waldbäume. Das sind alles C3-Pflanzen. C3 deswegen, wenn sich die Strukturformen da oben ansehen, kommt dreimal das Kohlenstoffatom vor. Deswegen jetzt das C3-Pflanzen. Und die C4-Pflanze, also diese Kurve, die grüne Kurve, deswegen das Ganze auch grün geschrieben. So, und da sieht man, dass wenn sich der CO2 die Konzentration verdoppelt, von 0,4 hier unten eingekreist oder im Quadrat, im Rechteck, verdoppeln würde auf 0,08, das ist aber noch weit von entfernt, dann sehen Sie, die C3-Pflanzen profitieren davon. Die entfalten sich viel besser, das Pflanzenwachstum dem zu. Und das ist erwiesen, es sogar viele Gärtner, wer schon mal eine Gärtnerei gesehen hat, großes Treibhaus, hier sind wirklich Gewächshäuser, da leitet man CO2 ein, zusätzlich, damit der CO2-Galt verdoppelt wird, man weiß, die Erträge werden höher. Die Gärtner würden das nicht tun, das teure CO2 kaufen und das dann einleiten. Also CO2-Verdoppelung steigert die Erträge, eine alte Binsenweisheit für Gärtner und Farmer. So, was ist jetzt mit den C4-Pflanzen, die roten Kurve, C4-Pflanzen, Mais, Zuckerrohr, Hirse, Amaranth und tropische Savannengräser. Und das sehe ich, ich habe das unterschritten, tropische Waldbäume und tropische Savannengräser. Wir sehen also der tropische Regenwald, die Bäume profitieren von mehr CO2 und die Savannen nicht, die geht zurück oder bleibt so, wie sie ist. Das heißt also, wenn wir CO2 verdoppeln würden, würden die Regenwälder gewaltig zunehmen und wachsen. Das wollen wir doch. Wir wissen doch alle, dass in Brasilien und überall mit tropischen Regenwäldern abgeholzt wird oder verbrannt wird. Also Brandrodung oder Nutzung als kostbare, tropische, teure Hölzer. Erhöhen wir den CO2-Gehalt bei den C3-Pflanzen, also tropischen Waldbäumen, dann sieht das besser aus für den tropischen Regenwald. Und die Savanne bleibt unbeeindruckt. Das heißt, von wegen, die Wüsten dehnen sich aus, die Savannen dehnen sich nicht aus. Die bleiben so bei einer Erhöhung des CO2-Gehaltes. So, Verdoppelung der CO2-Konzentration. Ich sagte schon, in vielen Gewächshäusern wird die Luft mit CO2 angereichert, um den starken Düngungseffekt des CO2 zu nutzen. Bis auf 600 bis 1600 ppm geschieht das manchmal. Also das Vierfache der derzeitigen Atmosphäre. Richtig, um das Wachstum anzukurbeln, brauchen wir also viel mehr CO2, als wir derzeit haben. Wir haben ja zurzeit 400 ppm, also 0,04 Prozent in der Atmosphäre, sehr, sehr wenig. Wir sind fast an der Untergrenze, sinkt das unter 200 ppm, dann wird es eng. Dann fangen die Pflanzen an zu ersticken. Die brauchen nämlich das CO2, um sich weiterzuentwickeln. Dann nimmt man denen sozusagen die Lebensgrundlage. So, jetzt die Frage, die alles, die Gretchenfrage sozusagen, gibt es einen Treibungseffekt? Da haben Sie sicher darauf gewartet, auf diese Frage, die ich jetzt beantworten will. Und zwar erstens, ja, es gibt einen Treibungseffekt in einem Pkw, das kennen Sie alle, der mit geschlossenen Fenstern im Sommer in der prallenden Sonne steht. Kennt jeder. Das ist ein Treibungseffekt, ein klassischer Treibungseffekt. Funktioniert übrigens ohne CO2. Ja, es ist, die Luft erwärmt sich in dem Auto und sie wird so heiß immer mehr, sie kann nicht erweichen. Es gibt keinen Austausch mit draußen, mit den Luftmolekülen von außen. Also wird sie immer mehr steigen. Also es gibt einen Treibungseffekt. Und es gibt auch noch einen Treibungseffekt, ja, in einem Gewächshaus, wie wir gerade gesehen haben, in dem die gewünschte Anstiegs-Temperatur durch kippbare Fenster geregelt werden können. Man kann es in den Treibungseffekt regeln, mehr oder weniger, indem der Gärtner die Fenstermeldung aufmachen. Auch ein Treibungseffekt. Auch ohne CO2, obwohl der CO2 eingeleitet wird, aber nur um das Wachstum zu fördern. Also nicht, um die Temperatur zu steigern, sondern um das Wachstum zu fördern. Da ist also auch CO2 mit im Spiel, aber auf eine ganz andere Art und Weise. So, nein, es gibt keinen Treibungseffekt in der Atmosphäre. Warum? Die Luftmassen, warm und kalt Luftmassen können sich bewegen, vermischen sich, Konvektion und atmosphärische Zirkulation. Es gibt einen Austausch von Luftmassen und durch geringe Strahlungsabsorption von CO2 erwärmt werden, die Wärmemengen Q immer an eine kältere Luftmasse abgeben. Das heißt also immer, wenn es irgendwo warm wird und wir haben oben offen, kann sich also die Wärme austauschen. Das ist der sogenannte oft zitierte zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Es geht also immer so, dass sich die ausgleichen, Warm- und Kaltluft ausgleichen. Übrigens, Hoch- und Tiefdruckgebiete tun das auch, die gleichen sich auch aus, aber nicht so direkt, sondern das geht durch die Corioluskraft in solchen Spiralen. Aber es gleicht sich aus. Ein hoher Luftdruck wird immer versucht, mit einem kalten oder einem niedrigen sich auszugleichen. Zunahme der Entropie, das heißt also auf Deutsch gesagt, der Ungleichgewichtszustand oder es geht einem Zustand über der größeren Mischung. Es vermischt sich also automatisch und die Entropie nimmt immer zu, in der Physik niemals ab. Das ist also auch eine Grundtatsache der theoretischen Physik. So, als Erfinder an Anführungszeichen des Treibhauseffektes gelten unter anderem Fourier und Arrhenius im 19. Jahrhundert. Danach sollte, jetzt kommt die Idee von Arrhenius, in sechs Kilometer Höhe eine gefrorene CO2-Schicht vorliegen, die quasi eine Abdachung bildet, sodass die Wärmeaustausch angeblich verhindert wird. Das ist eine naive Vorstellung. Heute wissen wir, dass es nicht stimmt. Es sind alle schon mal geflogen. Es rüttelt zwar manchmal im Flugzeug, aber die Wolken durch eine Eisschicht, Trockeneis nennt man das ja, bei minus 70 Grad über und es gefriert erst CO2, wird es fest. So eine Trockeneisschicht ist nirgends gesehen worden. Aber das wusste Arrhenius natürlich nicht. Zu der Zeit konnte man noch nicht fliegen. Man hat sich das wahrscheinlich verkniffen. Also diese CO2-Schicht existiert nicht, diese feste. Und es hat gesagt, naja, dann kommt das da oben an, dann kommt das wieder zurück zur Erde. Das wäre dann der Treiberspekt gewesen. Da das aber nicht der Fall ist, alles nach oben offen ist, tauscht sich das alles, die Luftmassen tauschen sich also auch beliebig aus. So, in sechs Kilometer Höhe beträgt die Lufttemperatur mal nebenbei minus 10 Grad, also nicht minus 70, was man bräuchte, um richtig festes CO2 zu haben, also Trockeneis. Wie die Techniker das nennen. Wäre hier eine starke Erhöhung des Luftdrucks nötig. Also wenn in dieser Höhe minus 10 Grad herrschen, ich will es bei 10, minus 10 schon festmachen, dann brauche ich einen hohen Luftdruck. Wir wissen aber alle, dass mit steigender Höhe der Luftdruck eher abnimmt. Nicht eher, sondern sicher abnimmt. Also eine solche CO2-Schicht aus festem oder aus festem CO2 kann es gar nicht geben. Hat es auch nie gegeben und wird es auch nicht geben. Ist gar nicht möglich. So, ich sage mal, die Hypothese des Treibhauseffektes war schon damals heftig umstritten. Der erste, einer der berühmtesten, war R. W. Wood, 1909, der schon gesagt hat, eine freie Konvektion ist in der Atmosphäre möglich. Es kann keinen Treibhauseffekt geben. Die können sich frei austauschen. Und dieses Bild vom Treibhauseffekt, das kennen Sie wahrscheinlich alle. In Schulbüchern kommt es vor, interessanterweise nicht in Lehrbüchern der Physik. Also in der Hochschule gibt es ja, ich habe ja auch ein Lehrbuch der Physik studieren müssen, wenn ich dann eine Prüfung machen wollte. In den klassischen physikalischen Lehrbüchern fehlt dieser Treibhauseffekt. Dann haben die nichts vergessen. Sondern wenn man weiß, das ist ein Blödsinn. Und Blödsinn drücken wir eigentlich nicht als Physiker. Aber in Schulbüchern für die Kinder, da wird der Treibhauseffekt gezeigt. Oder für den Laien. Da sagt man, aha, so ist es also. Also, Strahlung geht ein, das Blaue, ich muss mich hier mal zum Mikrofon drehen. Die Strahlung von der Sonne geht ein, wird reflektiert an Wolken, wird dann auch am Boden reflektiert. Und an der Erde natürlich, hier am Boden, das Rote, wäre dann also die Strahlung als Infrarotstrahlung. Nach dem Wienischen Verschiebungsgesetz verschiebt sich ja die Frequenz, die Wellenlänge der eingehenden Strahlung, die ausgehende Strahlung ist langwelliger. Also langwellige CO2 schon. Aber sie kommt nicht wieder zurück wie ganz rechts. Wie sollte sie das denn machen? An Wolken reflektiert geht nicht. Schon gar nicht langwelliges. Bei dem normalen Licht geht das, das kann auch reflektiert werden. Aber zurück kommt hier rechts. Überhaupt nichts. Ich mache es anders. Ich streiche es mal durch. Gut. Ein Treibhaus wirkt, in dem es warme Luft einsperrt und nicht Strahlung einsperrt. Das ist das Entscheidende. Luft kann man einsperren im Auto, im Gewächshaus, aber keine Strahlung. Strahlung geht durch. Auch wenn sie langweilig ist. Das heißt, langwellig ist nicht langweilig. Das heißt also, das müssen wir durchstreichen. Das gibt es nicht. Das ist ein Riesenirrtum. Diese Rückstrahlung oder der Treibuseffekt kann nicht funktionieren, weil eben die Strahlung nicht zurückkommt, sondern es bildet sich Wärme. Es wird in Wärme umgesetzt, diese Strahlung. Und was macht Wärme? Wenn sich da oben Wärme bildet, wissen alle, dass Wärme und Luft nach oben steigt. Da kommt nichts zurück. Also dadurch kann es also auch nicht wärmer werden auf der Erde, an der Erdoberfläche. So, Treibhausgas. Das CO2 soll also ein Treibhausgas sein. Ist ein politisch eingefärbter, physikalisch irreführender Begriff. Es gibt keine Treibhausgase. So, für solche Gase die infrarote Strahlung, also IR, absorbieren und auch abstrahlen können. Das ist also der Begriff für infrarotaktive Gase eigentlich, aber nicht Treibhausgase. Infrarotaktiv, oh ja, auf jeden Fall. So, infrarotaktive Gase sind also Wasserdampf, H2O, CO2 ist ein infrarotaktives Gas, weil es Infrarot absorbieren kann, Methan, Lachgas und Ozon. Das sind die, die wir alle haben, die infrarotaktiv sind. Also IR-Gase, eher aktive Gase. Aber die Hauptgase der Luft sind Stickstoff und Sauerstoff, wissen Sie alle, und ein bisschen Argon. Und die sind nicht infrarotaktiv. Das sind also nur diese wenigen Moleküle, Kondioxid, Methan, Lachgas, Ozon und auch Wasserdampf, ist ja nicht immer viel in der Atmosphäre, Sie können die Infrarotstrahlung weder absorbieren noch aussenden. Das sind also die Gase, Stickstoff und Sauerstoff. So, nochmal, gibt es einen Treibhauseffekt? Bis heute gibt es keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis für die Existenz eines Treibhauseffektes. Ist nicht bewiesen. Ich habe mal beim Pick oder einem Kollegen, damit das nicht gleich aussieht, die kennen mich ja, gefragt, Gibt es denn eine Weise? Und da hat also einer der namhaften Wissenschaftler doch, den kenne ich gar nicht den Namen sagen, Herr Rahmstorff, gesagt, ja, es gibt es nur, ja, das habe ich so im Moment nicht gerade dabei. Sie sehen also, welche dummen Aussagen da kommen. Im Gegenteil, muss ich sagen, die Nicht-Existenz, die konnte mehrfach bewiesen werden. Also andersrum ist es. Und ich zeige Ihnen noch gleich, wie man das bewiesen hat. Und zwar von Professor Gerlich und Dr. Scheuschner. Wir haben eine internationale Fachzeitschrift für Physik, International Journal of Modern Physics. Hier ist die Quelle, einen wissenschaftlichen Aufsatz geschrieben, Falsification of the atmospheric CO2 greenhouse effects within the frame of physics. Also die Falsifizierung des Treibhauseffekts im Rahmen der Physik, im Rahmen der Politik, natürlich gibt es ihn. Aber jedenfalls im Rahmen der Physik gibt es ihn nicht. Und er hat also eine Zusammenfassung gemacht. Danach kann man zusammenfassend gesagt werden, es gibt keinen Treibhauseffekt, insbesondere keinen atmosphärischen CO2-Treibhauseffekt, weder in der theoretischen Physik noch in der Ingenieurs-Thermodynamik. Existiert nicht. Nachgewiesen mit, wenn Sie das lesen wollen, müssen Sie was von theoretischer Physik verstehen, dann kann man das gerne nachlesen. Ich habe es mal einem Meteorologen gegeben an der Uni Leipzig, der sagte, das möchte ich wissen. Diese Arbeit können Sie mit ihm mal schütten. Und ich sage Ihnen dann auch, was da dran falsch ist. Ich habe von ihm nichts gehört. Wahrscheinlich war das peinlich, dass er nichts gefunden hat, um das zu widerlegen. Es gibt immer noch Leute, die wollen das widerlegen. Und der Herr Scheuschner, den ich auch kenne, der hat in einem Internetvideo, das können Sie sich mal anschauen, wenn Sie wollen, der CO2-Klimaschwindel heißt das Video. Da hat er folgende Schlussfolgerung gezogen. Es ist zu untersuchen, inwieweit der Tatbestand eines professionellen Betrugs erfüllt ist. Immerhin hat er sich getraut, das zu sagen. Aber es ist ein vorsichtiger Wissenschaft. Es ist zu untersuchen. Nicht, es ist so. Das ist eben die vorsichtige Wissenschaft. Da muss man aufpassen, wie er sich ausdrückt. So, das ist also, ob nicht ein professioneller Betrug, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, vorliegt. So, und jetzt gibt es ein Buch, das heißt Selbstverbrennung. Und da habe ich jetzt festgestellt, das Buch will ich gleich zeigen. Es ist zu untersuchen, wie weit die apokalyptische Drohung einer unbewiesenen globalen Verbrennungskatastrophe den Tatbestand einer gezielten Volksverhetzung erfüllen könnte. Da habe ich einen draufgesetzt. Auch da kann mich keiner angreifen, ich habe niemals gehört. Es ist zu untersuchen. Vieles muss untersucht werden, aber jeder weiß, was ich meine. Mal weiter. Das ist das Buch von Hans-Joachim Schellenhuber, der Leiter des PIC. Wir haben es nicht mehr lange, der geht demnächst in den Ruhestand. Hans-Joachim PIC, das Buch schon Selbstverbrennung. Mich erinnert das an einen Science-Fiction-Roman, der so ähnlich heißt. Das ist ein Thema für Science-Fiction. Oder für die Bild wäre das ein Titel, aber nicht für ein wissenschaftliches Buch. So etwas schreibt kein seriöser Wissenschaftler. Einfach unmöglich, Selbstverbrennung. Das kann man also so nicht stehen lassen. Dann macht er sich ja unseriös und lächerlich. Und was steht im schweizerischen Gesetz des Texten von wegen Drohung einer unbewiesenen Verbrennungskatastrophe? Was steht da? Unter der Abteilung Verbrechen und Vergehen gegen den Frieden. Da steht, wer die Bevölkerung durch Androhung oder Vorspiegel in einer Gefahr für Leib und Leben oder Eigentum in Schrecken versetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Da habe ich gesagt, als ich das zum ersten Mal vorgetragen habe, da war ich übrigens in der Schweiz, und habe gesagt, na gut, dass der Schellnubel hier nicht in der Schweiz wohnt. Da gehen schon zu Strafen drauf, wer Angst um Schrecken in der Bevölkerung einjagt. Die Alpengletscher. Ich kann es jetzt nicht alles so ausführen. Die Alpengletscher gehen zurück. Ja, Sie sehen es hier im oberen Bild. Aber wenn man das zurückverfolgt, sind Sie vorgerückt, zurückgewichen, vorgerückt, zurückgewichen, ständiger Wechsel gegeben. Und das hat der Herr Professor Gernot Patzel, den ich vorhin schon erwähnt habe, von der Uni Innsbruck nachgewiesen. Und zwar an Baumstümpfen. Der hat unter dem Eis, wenn das Eis also sich zurückgezogen hat, der Gletscher, kam da Baumstümpfe zum Vorschein. Und hat eine Altersbestimmung gemacht mit verschiedenen Altersbestimmungsmethoden. Dann hat er festgestellt, dass die Bäume schon viel früher da waren. Also wenn das stimmen würde, dass die Eiszeiten, von den Eiszeiten immer die Gletscher sich immer seitdem zurückgezogen haben, da frage ich mich, wie kommen denn diese Bäume unter das Eis und sind da gewachsen. Aber wenn das Eis kommt und geht und kommt und geht, dann kommen die Bäume und vergehen auch wieder. Und das hat er richtig exakt, experimentell nachgewiesen. Kein Modell, sondern experimentell hat er das bewiesen. Ich möchte dazu aber jetzt nicht noch mehr sagen, sonst komme ich mit der Zeit nicht hin. So, was wird uns erzählt? Gletscher Vor- und Rückzüge, das ist der Schneeferner 1890 links und der Schneeferner 2003. Und da sieht man, oh Gott, der Gletscher ist ja zurückgegangen. Wenn ich jetzt das Gleiche mache, was der Gernot Patzel gemacht hat, dann sehe ich, dass der Gletscher schon mal da war, wieder weg ist und er wird auch wiederkommen. Und so sieht also diese Kurve aus. Hier ist hier nochmal, da sehen Sie die Gletschervorstöße und die Rückgänge nach Patzel von der Uni Innsbruck. Das hat er also alles experimentell nachweisen können. Und es wird noch an vielen mehr Stellen gelogen. Die größte Lüge, ich hatte es schon mal gemerkt, vorhin angesprochen, ist die mit den Eisbären. Das Symbol der Klimaschützer, das Wort fällt mir schwer auszusprechen. Nämlich, da wurde so ein Eisbär gezeichnet, das ist um die Welt gegangen, das Bild. Und dieses Foto wurde 2010 von James Dillingpole entlarvt als Fälschung. Können Sie nachlesen im Telegraph Online vom 10. Mai 2010. Ist manipuliert worden. Man kann ja heute Fotos manipulieren. Aber der Bevölkerung sollte Angst im Schrecken eingejagt werden. Die Behauptung, dass Eisbären durch den Klimawandel bedroht sein, ist falsch, sagt Reichholz, ein Theologe von der Uni München. Und er lässt das nicht dabei, er sagt noch einen schönen Satz dazu, der mir sehr gut gefällt. Und Ihnen wird er auch gefallen. Der Eisbär lebt nicht vom Eislutschen. Sondern von Seehunden im Nordatlantik und im Nordpazifik. Der braucht das Eis gar nicht. Also selbst wenn das Eis wegschmelzen würde, Herr Eisberg, die Eisbären seit 600.000 Jahren, habe ich vorhin gesagt. Die haben alle Warmzeiten, Kaltzeiten durchgemacht. Im Moment machen sie die Warmzeiten so durch. Das stirbt also nicht aus. Ja, warum ist die zurückgegangen, die Population, wenn man die Eisbären geschossen hat? Nun, das ist ja verboten worden. Die Eisbärpopulation von 5.000 in den letzten 40 Jahren ist wieder auf 25.000 angestiegen, da die Jagd in Kanada vor allen Dingen eingeschränkt wurde. Eigentlich ist es verboten. Und die Eisbärfällen kann man für 10.000 Dollar kaufen. Und was glauben Sie, wer das große Interesse an Eisbärfällen hat? Ja, wir Deutschen, wir kaufen bei uns Eisbärfälle. Und deswegen wurden die Eisbärfälle mit Rendit, mit Gewinn verkauft, geschossen und verkauft. Jetzt, wo es verboten ist, darf man sich nie erwischen lassen, jetzt hat die Population nur auf 25.000, also um Fünffache wieder zugenommen. Da sieht man, wo der Grund lag. Und da steht jetzt Eisbären, gibt es seit 600.000 Jahren, die haben schon viele warme Perioden miterlebt. Ich habe es vorhin ja schon gesagt. Auch um 4.500, um 2.500, um 1.200, also in der Gotik, da war es sehr warm. Und die Eisbären haben nicht drunter gelitten. Das hat denen nichts ausgemacht. Aber es wird richtig behauptet. So, noch ein Beispiel vielleicht für Halbwahrheiten und Falschaussagen. Sie sehen hier die Zahl der Messstationen, der meteorologischen Messstationen, oben 1976, unten 1997. Nun könnte man doch meinen, in den vergangenen Jahren von 1976 bis 1997 hat die Zahl der Messstationen zugenommen. Wenn die mal Messstationen aufgemacht haben. Deutschland hat immer wieder mal eine meteorologische Messstation aufgemacht. Hier wurde sie zurückgeführt. Das muss doch einen Grund haben. Das hat auch einen Grund. Nämlich, seit 1990 sind sehr viele Stationen in ländlichen Regionen, in Höhenlagen und in höheren Geografischen Breiten aus der statistischen Analyse entfernt worden. Nur raten Sie mal, warum man die rausgenommen hat. Können Sie sich denken. Weil nämlich der Nachweis der globalen Erwärmung dann möglich ist, wenn man die kälteren Stationen entfernt, man hat nur noch die warmen Stationen. Das kennt jeder Student in der Geografie. Das wird sogar in der Schule gelehrt. Das ist das Stadtklima. Das Stadtklima ist wärmer zwei Grad als das Landklima. Und das wird hier benutzt, um eine falsche Beweisführung, in Anführungszeichen, vorzutäuschen. Das hat als erster Joseph Dalio und Anton Watts geschrieben in der wissenschaftlichen Arbeit Surface Temperature Records, Policy Driven Deception, Fragezeichen, Betrug auf Deutsch. Also mit Fragezeichen versehen. Natürlich kommt darin vor, diese Fakten, die da sind. Also da wurde also richtig betrogen. Und schön ist auch dieses Statement von Stephen Coonin, den wir Sie wahrscheinlich nicht kennen. Das ist Undersecretary for Science. Das ist das, was bei uns so ein Abteilungsleiter ist im Ministerium. Im Umweltministerium, glaube ich, war der. Der hat in einem Interview mit Mary Kissel gesagt, in der Obama-Administration hat es massive Datenfälschungen gegeben. Hat Obama das gewusst oder nicht gewusst? Dürfen Sie mal raten. Sie sehen also, die Politik hängt sich da richtig rein und der Coonin ist nicht mal im Dienst. Der ist ja nicht gesagt, jetzt sage ich die Wahrheit. Ist so schön, dass jetzt packte er aus und hat gesagt, was da wirklich gelaufen ist. Ich will diese Datenfälschungen nicht im Einzelnen zeigen hier. Da sehen Sie, wie das manipuliert worden ist. Wenn Sie wollen, können Sie es im Internet nachschlagen. Aber die Realität ist also so, es ist nicht wärmer geworden. Sondern Sie sehen, so sieht die Realität aus oder sah sie aus. Zum Beispiel im Winter 2009, 2010. Schneemassen in Orten mit sonst wenig Schnee, wie Freiburg. Das ist ja sehr warm immer, relativ warm. Bonn, Norderney, eigentlich mildes Klima. Dort milde Temperaturen. Aber die hatten also richtig Schnee. Das passt gar nicht zum Klimawandel. Das sollte ja eigentlich bewiesen, wenn das immer wärmer wird. Ja, Februar 2013, ein Meter Schneehöhe im Allgäu. Wir haben auch hier vor kurzem, gar nicht so lange her, richtig Schnee gehabt. Aber in der Zugspitze und auch in den USA ist sehr viel Schnee gefallen. Von wegen Erwärmung. Zwei Meter Schnee im Osten der USA und in den Alpen. Ja, da hatten die Klimawandler, so nenne ich die Leute, ein richtiges Problem. Wie kann ich denn den Leuten erzählen, dass es wärmer wird, wenn immer mehr Schnee fällt? Immer gelter wird. Was glauben Sie, was Sie sich ausgedacht haben? Die kalten und zum Teil sehr schneereichen Winter der letzten vier Jahre sind ein Zeichen der Erderwärmung. Man soll es nicht glauben. Ja, was macht man, wenn man mit dem Rückgang zur Wand steht? Muss man anfangen zu schwindeln. Allerdings hatte keines der Klimamodelle die Abkühlung der letzten zehn Jahre und die kalten Winter vorausgesagt. Sinkende Temperaturen waren einfach nach den Modellen nicht vorgezogen. Da hat die Natur wieder mal einen Streich gespielt. Den Modellrechnern mit ihren Modellen. Jetzt im Nachhinein kommen zwangsläufig dubiose Erklärungsversuche. Aber erst im Nachhinein. Vorher haben sie nicht gesagt, pass auf, es kann mal richtig kalt werden. Erst einmal gesehen hat, es wird richtig kalt. Ja, dann kommt man mit diesem Versuch einer Erklärung. Also Sie sehen auch da, wie der Hase läuft. So, zum Thema Meeresspiegelanstieg sage ich noch ganz wenig. Ich habe hier mal eine tektonische Karte des Pazifik gezeigt. Da sehen Sie, das hat ja schon Alfred Wegener gesagt, dass wir Platten haben. Und die bewegen sich gegeneinander, voneinander weg. Die Alpen sind so entstanden durch Auffaltung, Faltengebirge. Und die bewegen sich auch so und bewegen sich auch hoch und runter. Ich habe da mal so einen Männchen da oben hingemalt. Der Karte steht auf der sogenannten Karolinenplatte, CL. Und CL können Sie ja sehen. Und die Pazifikplatte ist die andere PA. Ist hier auch auf dem Bild zu sehen. CL und PA. Und dazwischen geht die grüne Linie und da haben wir eine Plattengrenze. Und wenn jetzt die eine Platte absinkt oder die andere ansteigt, hat der, der auf der niedrigen Platte steht, natürlich den Eindruck, oh, das Wasser steigt. Dabei sinkt nur die Platte ab. Das ZDF hat das damals mal behauptet. Ich habe die Sendung zufällig gesehen. Wir sind da hingegangen und haben gesagt, ja, wir haben den Bürgermeister gefragt. Das Wasser ist höher gestiegen. Da sage ich, was recherchiert ihr eigentlich? Ist keiner darauf gekommen, dass da Plattentektonik eine Rolle spielen könnte? Dass die Platte absinkt und dadurch so aussieht, als würde das Wasser ansteigen? ZDF, ich komme nachher noch zum ZDF. Ich muss ja sehen. Auch die Fidsche-Insel, da ist es genauso. So, ich werde mal ein bisschen weitermachen, sonst komme ich nicht mehr zu den schönen Punkten. So, der Meeresspiegel auf der Südseeinsel Tuvalu. Eine wunderschöne Insel. Da habe ich dazu geschrieben, noch Ende der 1980er Jahre war prognostiziert worden, dass Tuvalu binnen weniger Jahrzehnte im Pazifik versinken würde. Es ist nicht versunken, es ist immer noch da. Auch übrigens Bangladesch, hat es ja auch immer geheißen, Bangladesch, das wird immer kleiner. Die Leute treten sich ja tot. Bangladesch ist von der Fläche größer geworden. Warum? Warum? Die Sedimentmassen, die der Brahmaputra mitbringt, die lagerst ja alle so vorne ab. Dann ist Bangladesch immer größer geworden. Von wegen, es wird kleiner durch steigenden Meeresspiegel. Es ist größer geworden. Also solche Behauptungen werden in den Raum gestellt einfach. So, jetzt möchte ich nochmal zeigen, die Ozeantemperaturen. Es wird ja immer gesagt, die Ozeantemperaturen, die würden auch steigen. So, hier ist immer von 1980 bis 2010 ungefähr gemittelt, das ist schwierig zu mitteln, Wassertemperaturen im Ozean, sind um plus 0,3 Grad gestiegen. 0,3 Grad, das können Sie um den Fieberthermometer, wie ich schon sagte, untermessen. Nicht mit einem normalen Messgerät. So, und dann seit 2000, ungefähr 2002, ist nichts mehr festgestellt worden, sind die Ozeantemperaturen nicht mehr gestiegen. Natürlich schwankt das hier, wie Sie sehen. Das ist ja immer, die rote Kurve ist ja eine Mittelung, anders können Sie es ja gar nicht machen. Man muss dieses Zickzack ja irgendwie mitteln. Und da sehen Sie, es steigt an, fällt ab, steigt an, fällt ab, wie die Gletscher. Das ist so die Natur. Es ist nichts konstant, es gibt immer hin und her. So, ich muss jetzt mal weitermachen. Wir müssen ja nicht alles. Versauerung der Meere, ja, das ist auch noch so ein Stichwort. Der pH-Wert soll sich in den letzten Jahrzehnten von 8,2 auf 8,1 erniedrigt haben. Versauerung? Hatte einem in der Schule nicht aufgepasst? Sauer beginnt unter 7. pH-Wert 7, da fängt Sauer an. Und wir sind immer hier von 8,2 und 8,1, sind so weit weg von der Grenze zwischen Sauer und Alkalisch. Die Meere sind also immer noch alkalisch. Und sie werden es auch bleiben, weil die Sedimente, die die Flüsse reinbringen, sind zum größten Teil alkalisch. Es wird also eine Versauerung, sagen manche, wird es gar nicht geben, weil es von der Sache her gar nicht möglich ist. Doppelt falsch, ja genau, pH-Wert kleiner 7. Habe ich schon gesagt. So, sie sind also eher weniger alkalisch geworden. Flüsse, also weniger alkalisch, weil es rückwärts geht, von 8,2 auf 8,1, ganz wenig. Also weniger alkalisch, in Richtung Sauer, aber nicht Sauer, bitte. Ganz was anderes. So, das habe ich schon gesagt. Ich habe immer die Quellen hier angegeben. Jetzt komme ich zu meinem Lieblingslander ZDF. Die Klimatologin, in Anführungszeichen. Sie kennen sie alle. Hier Frau Gerster sagte einmal am 18.12.2009, eine Zunahme der globalen Temperatur um wenige Grad lässt die tropischen Regenwälder verschieben oder vielleicht sogar verschwinden. Auch nicht aufgepasst in der Schule. Die tropischen Regenwälder entstehen nämlich durch Konvektionen auf steigende Luft. Der Südöstpassat, der Nordostpassat, Südöstpassat treffen zusammen aufsteigende Luft. Immer wo Luft aufsteigt, gibt es Tiefdruckgebiete. Und wo Tiefdruckgebiete sind, gibt es immer erst mal viel Regen. Und wo Regen ist, gibt es tropischen Regenwald. Sie lässt die einfach verschwinden. Also noch nie was von Nordwest- und Südwestpassat gehört. Das kann gar nicht funktionieren, was sie da sagt. Und warum verschiebt sie die nach unten und nicht nach oben? Ich habe ja geschrieben, noch nie was gehört von der Indotropischen Konvergenz, der erdumspannenden Passatwindzonen. Und jetzt hat sie die nach unten verschoben und nicht nach Norden. Wenn sie die jetzt nach Norden geschoben hätte, dann würden ja die Wüsten grün werden. Das geht ja gar nicht. Also schieben wir die immer nach unten und die Wüsten dehnen sich aus, wie sie damit sagen. Weit gefehlt. Warum also die tropischen Rädlinge werden nach Süden verschoben? Warum hier in Norden, habe ich mich gefragt. Damit die Angst vor der Ausdehnung der Wüste geschwört wird. Genau, das Gegend ist nämlich der Fall. Die Bäume nehmen zu. Und Herr Kleber ist auch so einer, der gerne... Es gibt Leute, die sagen, das ist ein Kleberer Typ. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Das sagen manche ihm nach. CO2 in den Medien, da zeigt doch das ZDF im Hintergrund rauchende Schornsteine. Und er spricht von der Zunahme von CO2-Emissionen. Was macht der Laie? Der Bürger, der da ahnungslos alles glaubt, der sagt, boah, hat das Zugang. So viel CO2 wird ausgeschoben. Und dann noch so schmutzig, so dreckig und giftig noch dazu. Schulweisheit heißt, CO2 ist ein unsichtbares Gas. Man kann es nicht sehen. Es ist geruchlos, ungiftig und ein Spurengas in der Atmosphäre. 0,04 Prozent. Das hier ist einfach Staub und Dreck, was da rausgeschlattert wird. Aber kein CO2. Aber das sagt er nicht, dass das CO2-Emissionen erlässt dem Zuschauer diesen Schluss ziehen. Und sagen, guck mal, kommst du doch selber drauf, dass das eine dreckige Sache ist mit dem CO2. So subtil sind die Argumente eigentlich. CO2 ist, wie ich schon sagte, lebenswichtig für die Flora und auch für die Fauna. Insbesondere das Nachwachsen der tropischen Regenwälder. Das habe ich schon gesagt. Viermal CO2 würde den tropischen Regenwäldern guttun. Herr Kleber gehört zu den Spitzenverdienern des ZDF-Journalisten. Und über die Höhe seines Honorars macht er keine Angaben. Wie schade eigentlich. Und was fordert er? Einige Politiker meinen, wer ständig Transparenz bei den Politikern fordere, der müsste auch sich selber transparent machen. Von den Politikern würde er gerne sagen, was die verdienen und hinausbesauen in die Welt. Aber sein eigenes Gehalt verschweigt er. Naja, Klimawandel verdienen ja auch, wie wir hier sehen. Vielige. So, ich zweifle die Glaubwürdigkeit der öffentlich-rechtlichen an. Da bin ich nicht der Einzige. Es gibt ein Buch, das empfehle ich Ihnen mal. Das heißt, also von Ulrich Tausch, Lückenpresse. Bewusst hat er da so Lücken gelassen in dem Text. Lückenpresse. Und der schöne Untertitel heißt, das Ende des Journalismus, wie wir ihn einmal kannten. Dieser Journalismus, so behauptet er in seinem Buch, ist vorbei. Und Sie haben es ja gerade gesehen. Der Journalismus ist also nicht mehr, bringt nicht mehr die, er vermeidet den Wort Lügenpresse und sagt stattdessen Lückenpresse. Und Lücken, wenn ich etwas Wichtiges weglasse, ist genauso wie eine Lüge. Und das liegt auf einer Ebene. Ja, was sagt Udo Ulfkotte? Ein Buch geschrieben, war ein Spiegel-Bestseller. Gekaufte Journalisten. Wer will, kann sich das mal anschauen. Wie Politiker, Geheimdienste und die Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken. Wir haben also keinen freien Journalismus mehr. Das ist gar nicht möglich. Der ehemalige ARD mit, die oder die beiden ehemaligen ARD-Mitarbeiter, Volker Bräutigam und Friedhelm Klinghammer, die haben in einem Interview mit Ken Jepsen gesagt, die Tagesschau ist reine Propaganda. Das sagen die im Internet. Und das waren Tagesschau-Redakteure. Denen hat es gereicht. Die sind natürlich vorher ausgestiegen, sonst wären sie gefeuert worden. Und haben gesagt, das ist ein reines Propaganda-Instrument. Und es gibt Georg Christoph Lichtenberg, der hat so im 18. Jahrhundert gelebt. Der sagte damals schon, die gefährlichsten Unwahrheiten sind wahrheitenmäßig entstellt. Das ist so ähnlich wie eine Lüge. Das wird noch höflich ausgedrückt. Ja, heißt Haltbarheiten. Gut, über die Antarktis möchte ich jetzt nicht sprechen. Das ist ein Thema für sich. Das kann ich mal später nachholen. Sonst komme ich nicht zu den Bonbons. Klimawandel in der Antarktis. Auch da stimmt es vorne und hinten nicht. Die Antarktis wird kälter, nicht wärmer. Das heißt, die Zusammenfassung, es gibt keinen anthropogenen Klimawandel durch CO2. Wohl gibt es einen politogenen Klimawandel, also von der Politik gesteuert, der mit einer Klimakatastrophe Ängste schwören will. Also auch in der Antarktis. Da habe ich doch tatsächlich, die Bild-Zeitung hat das mal gebracht. Nachdem die Eisbären jetzt bedroht waren am Nordpol, sterben jetzt die Pinguine am Südpol. Also das ist ja nun so weit hergerückt, da merkt auch jeder, der für nichts von der Sache versteht, dass die Bild-Zeitung tief in die Klamottenkiste gegriffen hat. Aber diese Zeitung lebt davon. So, das ist mir wichtig, noch hier aus lange gegebenen Anlässen beobachten Kollegen in meteorologischen Frachtkreisen, das sind also Fachmeteorologen, mit Besorgnis, dass sich in ihrem Fachgebiet, vornehmlich in der Klimatologie, Entwicklungen zementieren, welche sie aus wissenschaftlicher Sicht einfach nicht akzeptieren können. Und darüber hinaus auch nicht dem Berufsethos des Meteorologen entsprechen. Das ist also erschienen in einer Schrift der DMG. Das ist also durchgegangen, erstaunlicherweise. Die dadurch erfolgte Veränderung des Begriffs Wissenschaft, Klimawissenschaft, hat nach unserer und anderer Überzeugung zu negativen Auswirkungen auf die Qualitätsstandards in der Meteorologie geführt. Also wirklich, die Meteorologie ist unglaubwürdiger geworden dadurch. Und das bemängeln, natürlich sind das wieder Meteorologen, die im Ruhestand sind, sonst wären sie schon geflogen. Ja, mit ihrem CO2-Konsens führte eine Gruppe aus der großen Zahl von Klimafunktionären eine quasi verbindliche Interpretation zur Ursache des Klimawandels in die Wissenschaft ein, wurde also eingeführt. Diese Klimafunktionäre nennen die Meteorologen die. Zweifel an dieser Interpretation sind mehr oder weniger verboten. Ich zeige gleich noch das Beispiel von Philippe Verdier. Sie wünschen sich also eine Rückkehr zu der üblichen Art, Klima zu behandeln, also Meteorologie wieder so zu machen, wie es der Wissenschaft entspricht, aber jetzt zu, mit anderen Worten, die Rolle der Politometeorologen, habe ich vorhin schon gesagt, zurück zur politikfreien Meteorologie. Die möchten sich dann Wissenschaft machen und nicht von der Politik gesteuert. Antworte ich übrigens schon wieder auf das Thema, das ich mir gestellt habe für den heutigen Abend. Und jetzt zu Philippe Verdier. Wie Sie schon hören, ist das ein Meteorologe im französischen Fernsehen, 47 Jahre, viel zu jung und sowas zu sagen. Aber was ist mit ihm passiert? Er hat nämlich folgend gesagt, er ist einer der bekanntesten Wetteransager im französischen Fernsehen, Franz 2, und wurde 2015 beurlaubt, weil er sich gegen die Darstellung, gegen die Klimadarstellung der Mainstream-Wissenschaft ausgesprochen hatte. Er hat also auch durchschaut, als Meteorologe, dass das hinten und vorne nicht stimmt. So, und er hat gesagt, das ist natürlich stark, der Klimawandel sei ein Komplott, ein Weltwetter-Skandal, eine Höllenmaschine, um uns Angst zu machen. Absolut richtig, sage ich. Aber die Konsequenzen waren, er wurde beurlaubt. Sowas darf man doch nicht laut sagen. Das kann er seinen Freunden so erzählen. Aber das hatte keine Wirksamkeit. Wenn er das in der Wetterkarte im französischen Fernsehen sagt, dann haben das Millionen Menschen gesehen. Also hat er sich erlaubt, das doch zu sagen. Und Thorsten Schulte, den kenne ich auch, der hat also ein Buch geschrieben, Kontrollverlust, das System verträgt, also ein Leitsatz daraus, das System verträgt immer weniger die Wahrheit. Also wer die Wahrheit sagt, ich wundere mich, dass ich hier stehen darf, wer die Wahrheit sagt, lebt gefährlich. So, Umgang mit Kritikern, da habe ich ein paar Kritiker, die kann ich aber nicht alle jetzt hier zeigen, aus Zeitgründen. Maulkorb für Experten, Mitchell Taylor, hat sich geäußert und sagte, mit den Eisbären, das ist also alles Blödsinn. Und der wurde auch abgestraft, dass die Eisbärenpopulation ansteigt. Und dadurch wurde er natürlich Zunahme der Bären sehen, dass dort, wo die Zahl der Bären abnimmt, das liegt durch die Jagd vor. Das habe ich eben auch schon gesagt. Und nicht durch den Klimawandel. Das war natürlich ganz schlimm. So etwas darf man also eigentlich nicht sagen. So, was will die Politik jetzt mit dem Klimawandel erreichen? Das ist ein wichtiger Punkt. Den Politikern schwebt vor, in ihrem Kopf hier, in Ideologien, manchen mehr, manchen weniger, die große Transformation. Also die Menschen müssen transformiert werden. Das Denken der Menschen, früher handelten wir das Gehirnwäsche, werden also politische, gesellschaftspolitische Änderungen, Dekarbonisierung, also raus mit dem Kohlenstoff aus der Atmosphäre oder aus der Erde. Kohlenstoff darf nicht mehr gefördert werden. Deswegen Braunkohleprobleme, Kohleverbrennung. Also weg mit den kohlenstoffhaltigen, mit den fossilen Energieträgern. Langfristig schwebt diese, in diesen Gehirnen der Politiker eine Deindustrialisierung vor. Das heißt, konsequent, ich habe so etwas übertrieben, ja, die Feudalherrschaft im Mittelalter mit Bauen und Handwerkern, das wäre denn lieber, als die Industrie. Sie sehen ja, die Industrie wandert ja ab bei uns. Ich habe das schon gemerkt, es geht so nicht weiter. Wir müssen unsere Arbeitsorte verlegen, ins Ausland, wo billiger produziert wird. Ganz klar. Das zweite Argument ist, ankurbelnde Konjunktur mit neuen reduzierenden Technologien wie CO2-Verzicht durch Wind- und Solarenergie, Biomasse, Elektromobilität, kann man die Konjunktur ankurbeln. Anreiz für neue Forschungswege, Fördergelder gibt es natürlich für Wissenschaftler, die sich damit befassen. Da gibt es auch Fördergeldkataloge. Ich habe selbst schon solche gesehen, hat mir mal hier abgestoßen, als eher angezogen. Kollegen von mir haben diesen Förderkatalog hergenommen und haben sich ein Thema ausgesucht und das fördern wir. Und siehe da, Antrag wurde gestellt, genehmigt. Wenn Sie was beantragen, Forschungsgelder, was gegen, sag ich mal, oder was die Erderwärmung fördert, wo man nachweist, in Anführungszeichen, dass die Erde wärmer wird, dann fließen Fördergelder. So, dann gibt es natürlich Klimaschutzkonzepte. Für mich ist Klimaschutz natürlich Unsinn. Frühere Mitarbeiter des IPCC, IPCC, wissen Sie, ist der Weltklimarat, der ins Leben gerufen wurde, 1986. Hendrik Svensmark, Paul Reiter, Vincent Gray, Nils Axel, um einige zu nennen, Richard Toll und Hans von Storch, der gehört aber da nicht richtig hin, aber der hat sich kritisch geäußert, immerhin. War auch beim IPCC und hat gesagt, nee, Leute, das kann ich nicht mittragen. Ich ziehe mich wieder zurück nach Gesterhacht in mein Forschungszentrum und bin von da aus kritisch, was ihr da wollt, ist doch keine Wissenschaft. Ja, die IPCC-Aussage. Sie werden es nicht glauben, im IPCC-Bericht steht, in der Klimaforschung und Modellierung sollten wir erkennen, dass es sich um ein gekoppeltes, nicht-lineares, chaotisches System handelt. Deshalb sind längerfristige Vorhersagen über die Klimaentwicklung nicht möglich, sagt der Weltklimarat. Und zwar an einer Stelle, wo es die Politiker nicht gelesen haben. Nämlich in der ausführlichen Ausgabe, hier steht es ja unten drunter, Third Assessment Report 2001, Section 14.222, Seite 774. die Politiker haben natürlich eine Kurzfassung bekommen, in dem dieser Ausgabe natürlich nicht steht. Denn wenn man Politik machen will mit Klimawandel, sagt selbst der IPCC, es ist nicht möglich, es ist nur nicht angekommen, der Bevölkerung, wer liest schon so einen dicken Band? Es gibt ein paar Leute, die das tun. So, der Klimawandel ist nicht anthropogen, er ist politische Ideologie, also politogen. Und da gibt es auch ein Buch, ein schönes, die verlogene Politik. Macht um jeden Preis. Da lügt natürlich auch der Politiker, wenn er Macht haben will. Und ich sage, man muss nicht wirklich, man muss wirklich kein Klimatologe sein, um den menschengemachten Klimawandel zu entlarven, als Inszenierung einer politischen Ideologie mit Hilfe einer ausgeklügelten Medienpropaganda. Und wer sagt das? Sonja Magnola, Magolina, Entschuldigung. Klimawandel ist ein hochideologischer Begriff, der die Utopie der Klimarettung zum Ziel des politischen Handels und zum moralischen Gebot erhoben hat. Also was will der Politiker? Der will uns Moral beibringen, eine Utopie uns vorführen und sie ist keine Klimatologin, das betone ich jetzt nochmal. Man muss nur richtig recherchieren, da kommt ja jeder drauf. Man darf nicht übersehen, dass dieses Denkmodell mit handfesten Interessen zahlreicher Profiteure aus Politik, Zivilgesellschaft und Öko-Industrie verbunden ist. Also es profitieren davon eine ganze Menge Leute. Deswegen hält sich dieser Klimawandel der menschengemachte angeblich. Was sagt Holger Strom? Die meisten Politiker sind psychisch krank. Er hat immerhin den Mut. Er nennt sie narzisstisch. Geld und Eitelkeit steht bei denen im Mittelpunkt. Sie möchten im Mittelpunkt der Öffentlichkeit stehen. Im Glanz der Scheinwerfer stehen. Neurose der Macht, Arroganz der Macht. Das ist Politik. Ich habe meinen Politiker gesehen in Leipzig, das war also im Auerbachs Keller. Ich will nicht sagen, wer es war. Da kamen so fünf Männer rein und einer ging vorne weg. Haben Sie gesehen? Das ist der Politiker. Arroganz strahlte er aus. Und das sehen Sie sofort. Und die anderen, die Hampelmänner, die da rum waren, das waren eigentlich die Security-Leute, die ihn schützen müssen. So ist es, dass Politiker also geschützt werden müssen. So, und was sagt hier ein Psychoanalytiker, Dr. Hans-Joachim Maaz, der sagt, viele deutschen Spitzenpolitiker sind psychisch gestört. Ich sage Mut. Respekt vor diesem Mut. Und er ist natürlich Psychoanalytiker, der hat natürlich das, ich sage das nur einfach so, in den Raum rein, der hat natürlich eine Studie gemacht dazu und kann das belegen, warum, an vielen Beispielen, warum das so ist. Quelle, Eva Herrmann, im Gespräch mit Dr. Hans-Joachim Maaz und Andreas Popp. Veröffentlicht YouTube am 06.10.2017 und hatte über 100.000 Internetbesucher. Ich sage also nicht irgendwas, Sie können das alles, was ich hier sage, nachschlagen im Internet. So, und was sagte unser alt Bundeskanzler Helmut Schmidt damals am 11. Januar zur globalen Erwärmung? Wir wissen, dass es immer natürlicherweise Eiszeiten, Warmzeiten gegeben hat. Das habe ich ja eben gezeigt. Das weiß natürlich auch ein Bundeskanzler. Wir wissen jedoch nicht, wie groß gegenwärtig und künftig der vom Menschen verursachte Beitrag zur heutigen globalen Erwärmung ist. Das wissen wir nicht, sagt er, obwohl es ja einige behaupten. Die vom Intergovernmental Panel on Climate Change, also IPCC, bisher gelieferten Unterlagen stoßen auf Skepsis, zumal einige der beteiligten Forscher sich als Betrüger erwiesen haben. Das Wort Betrug habe ich schon mal gebracht, vorhin immer veröffentlicht. Also Schmidt wusste Bescheid. Und ich sage, das weiß nicht nur Schmidt, das ist noch andere Spitzenpolitiker, das ist bekannt, denn die haben es in die Welt gesetzt. Sie kennen Vaclav Klaus, ein Würstelwissenschaftler, der hat auch ein schönes Buch geschrieben, nämlich Blauer Planet in grünen Fesseln. Sagt auch alles aus, ne? Unser schöner blauer Planet in grünen Fesseln. Und das sagt ein Spitzenpolitiker, der weiß, was er sagt. Der hat die Informationen, die er dazu braucht. Klimaschutz ist Ökoterrorismus, sagt er. Klimaschutz, nicht Umweltschutz. Achtung, unterscheiden zwischen Umweltschutz und Klimaschutz. Umweltschutz ist richtig, wichtig, okay, aber Klimaschutz ist einfach Ökoterrorismus und Quatsch. So. Ideologie wieder besseres Wissen. Die meisten Politiker wissen, dass sich das Klima schon immer ohne menschlichen Einfluss verändert hat. Sie wissen auch, es gibt keinen Klimawandel, der für menschliche Aktivitäten steht. Ideologien haben viele Politiker einen höheren Stellenwert als Wahrheit und Realität. Putin sagte 2015, können Sie auch im Internet nachlesen, die menschengemachte Erwärmung ist Betrug. Auch er wusste das natürlich als Staatschef und weiß das. Denn die haben alle Informationen. So ein Politiker macht so, dann springen fünf Leute und bringen die Fakten. Also, die können davon ausgehen, dass die alles eigentlich wissen, nur nicht alles sagen. Beziehungsweise das Gegenteil sagen. Ja, Putin und Merkel weiß es natürlich auch, die hat natürlich auch Ahnung, was da läuft. Und da gibt es ein schönes Bild. Sag mal, kleine Angie, wie lange willst du noch dein Volk verarschen? Irgendwann hauen sie dir dafür die Hucke voll. Ja, es hat schon angefangen mit der Hucke voll hauen. Es geht ja schon los. Ja, ich finde es auch schön, also das ist Satire im Internet. 31.000 Wissenschaftler verneinen die Erderwärmung. Es gibt 31.000 Wissenschaftler, haben sie in den USA gegen die politische Agenda der globalen Erwärmung zusammengeschlossen. Also das kann nicht wahr sein. 31.000. So, wie die Plattform Natural News berichtet, sprechen sich die Wissenschaftler gegen die Theorie der globalen Erwärmung aus, durch den Menschen natürlich. So, globale Erwärmung zur Begrenzung der Treibhausgase ist ja tatsächlich schädlich für alle Pflanzen und Tierarten. So, auch für unseren Planeten. Kohlendioxid ist kein gefährlicher Stoff, sagen die noch, der aus der Atmosphäre entfernt werden muss. Im Gegenteil, wir müssen den CO2-Ghalt eigentlich erhöhen, denn wir sind schon an einem sehr niedrigen Level, 0,04%. So, Epoch Times, 17. Januar 2018, aktualisiert, nochmal in etwas später, in einem Urteil später. Und jetzt kommt die Claudia Kempfert, die kennen Sie auch wahrscheinlich, verdient auch sich ihr Geld mit Aussagen zur Konjunktur, zur Ankurbelung der Konjunktur. Sie ist ja immerhin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und was die Wirtschaftsforschung sagt, das glauben ja viele Menschen. Klimaschutz, das stimmt sogar, Klimaschutz hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zu Innovationen geführt. Die deutschen Unternehmen sind in bestimmten Bereichen Marktführer. Stimmt. Ja, aber warum? Wegen Klimaschutz. Weil diese Maßnahmen, die getroffen wurden, natürlich Geld kosten und die Wirtschaft ankurbeln. Ja, auf wessen Kosten? Was geht das Ganze denn? CO2-Reduktion, Schutzdeiche bauen, Solar- und Windenergie installieren, alles Klimaschutz. Wer bezahlt? Ich gucke mal hier in den Saal, nehme mich damit ein, wenn wir das bezahlen, geht es der deutschen Industrie gut. Jetzt die Frage, was ist wichtiger, der Bürger oder dass der Industrie gut geht? Ich habe nichts dagegen, wenn der Industrie gut geht, aber dann sollen wir bitte nicht belogen werden. Und dazu braucht die Politik die Lüge vom Klimakiller CO2, vom unsinnigen Klimaschutz und die Lüge einer drohenden Klimakatastrophe, nur um die Wirtschaft zu stärken, aus Sicht der Politiker. Die Politik setzt die Ziele und die Wissenschaft liefert. Jetzt bin ich fast am Ende, noch eine Folie erlaube ich mir, die ist sehr wichtig, hier zu bringen. James Lovelock, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, ein früherer erbitterter Umweltschützer und eigentlich Klimaschützer, müsste man sagen, warnte unermüdlich vor einer Klimakatastrophe. Heute, mit 97 Jahren, korrigiert er sich plötzlich und steigt ins Gegenlager über. Was sagt der gute Mann? Das Problem ist, dass wir nicht wissen, was mit dem Klima los ist. Jetzt fällt ihm das ein mit 97 Jahren. Vor 20 Jahren dachten wir, so sagt er, zu wissen und veröffentlichen alarmistische Bücher. Meine eigenen, sagt er von sich, eingeschlossen, weil alles klar schien. Aber so ist eben anders. Aber nichts von dem, sagt er weiter, was wir vorausgesagt haben, ist eingetreten. Ich hoffe ja nicht, dass unsere grünen Klimaschützer oder dunkelgrüne Klimaschützer erst 97 Jahre alt werden müssen, um zu der gleichen Einsicht zu kommen. Vielen Dank. Applaus